Mit leerem Magen lässt sich ja schlecht einkaufen und deswegen haben wir noch ein kleines Frühstück zu uns nehmen und dann in die Markkalle gehen. Das hat eigentlich gar nichts. Das kommt schon schon? Nein. Die Markkalle von Sahara ist zwar wunderschön mit wunderschönen Deckenbemalungen, aber leider waren fast keine Geschäfte geöffnet und der Fischstand hatte weder Lachs noch Trugisch. Somit haben wir beschlossen mit dem Quad zur Markkalle nach Barbate zu fahren. Die Markkalle von Sahara ist. Ja, probieren wir uns das aus. Da kann ich jetzt rein. Ja. Ich möchte nur Brot und die Markkalle. Da ist es nach dem Quad. Das ist ein bisschen mehrеры, oder? Ja. Da ist es gewählt, oder? Das ist auch nicht mehreren. Aber ich kann unter www.120.000.magen werden. Das ist zu beל�en, oder? Das ist ein bisschen mehr zu machen, oder? Wenn man Google macht Butterfisch, heißt auf Spanisch. Ja, ich koche jetzt erst mal einfach Tunfisch. Hola. Hola. A tuna? Tuna. Ist es Fasaschili? Fasaschili. Ja, schaut lecker aus. Ganz tolle Farbe. Der ist besser. Der ist besser. Ja, wieviel nehmen wir? Ein dickes Stück, oder? Die Hälfte? Es war viel. Die Hälfte ist fünf Minuten. Weiß du? Halb. Bisschen mehr, oder? Wie viel machst du? Mit der Mittag? Ja. Mit der Mittag. Halb. Ich hab keinen Fisch heute. Wie viel? Warum ist es hier? Fisch hier. Okay. Also, Sie haben einen Faschili? Nein, nein. Faschili? Ja, das ist alles. Nein, nein. Du bist mit der Hälfte. Was? Was ist mit der Hälfte? Du bist mit der Hälfte? Ich habe es mit der Hälfte. Wie viel führen Sie das? Wir erklären das mal. Ja? Ja, das. Jetzt möchte ich einen Vagent-Everbewegungsstil. Ja, perfekt. Ich möchte einen Avokadonsprüfungsstil haben. Ja. Hola. Hallo. 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 Ja, ich nehme ihn noch. Ich nehme ihn. Warte, drei Kilometer. Kilo, kilo. Kilo, kilo. Kilo, kilo, kilo. Kilo, kilo. Kilo, kilo. Kilo, kilo. Kilo, kilo. Kilo, kilo, kilo. Kilo, kilo, kilo. Kilo, kilo, kilo. Das sind Chilis, die nehmen jetzt mit. Da ist ein Päckchen. Ja. Die Kleinen sind besser, oder? , kilo. Kilo, kilo. Hierамen Sien' da. Okei. Mölleren Sien das. Kilo, kilo. Ihr planned mielnäfire outros. V更 ist die erste Riestweckebäckin. Oliven und dann haben wir es, oder? Oliven? Oliven. 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 Ja, das ist nur eine! Das ist nur eine! Was ist das? Was ist das? Das ist nicht so gut! Okay, wir probieren die besten! Die besten? Die besten! Die besten! Die besten? Die besten! Wie ist das? Das war's! Ja, warum? Das ist das ... Das ist das ... Das ist ein ... Ja, das ist einfach gleich! Wasabi. Das ist schon mal ein ... Ich glaube, wir machen es bald flott. Ja, Bernd, wolltest du auch? Und eigentlich, ich mach den. Oh, ich mag den Wein. Einmal Wein? Du möchtest Tuna? Ja. Ja, wir haben einen Teufel von Petresca. Sie kennen die Bellen Tuna. Und es ist mit einem Salz von Berliner. Okay. Ist es ein schönes Teufel? Es ist sehr schön. Was ist die Puppe? Die Puppe. Die Puppe? 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 Vergleichser! Die Puppe выRe. Alle Puppe? Die Puppe vort? Das hat die Puppel von was L下次 gab es tief durch die Tränen combined! Das war kein Wasser oder? shire slab ist nicht gut. Ein bis zum guilty. Die Puppe, die es zwischen, diem zweite nicht的話. Ah, ist mit diesem Ding! Die Puppe! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Am nächsten Tag bereiten wir dem auf dem Markt gekauften Lachs als flambiertes Sashimi zu. Als nächstes kommt Fleur de Salle, das ist aus der Normandie, aus Frankreich, das ist der letztes Jahr in Frankreich. Wir holen jetzt ein bisschen Salz drauf und jetzt wird es flambiert. So, dieses Flambiergerät haben wir hier in Spanien auf einem Asiatenmarkt gekauft. Es ist ein bisschen schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Es riecht total lecker. Ich freu mich schon! So, hier kommen jetzt gute Röstaromen raus, das sieht schon hervorragend aus. Das riecht so lecker! Jetzt haben wir hier noch Frühlingszwiebeln und dann haben wir hier noch Sojasauce mit Mayonnaise und etwas Wasabi drin. Fertig? Nein! Sesam! Sesam! Natürlich brauchen wir noch ein bisschen Sesam. Und somit ist das leckere Abendessen mit dem Lachs vom Markt aus Barbarte fertig und wir werden es jetzt genießen. Also natürlich ist es nicht so wie beim Asiaten und da muss man jahrelange Schulungen machen und spezielle Messer haben und das ist sehr kompliziert. Aber ich finde das sieht super aus und ich freue mich sehr darauf. Guten Appetit! Wer nun der Meinung ist, dass man davon nicht satt wird, der hat vollkommen recht. Lecker! Sehr lecker! Und noch ein paar solche Schüttelchen mehr davon gemacht. Am nächsten Tag gab es dann unseren geliebten Turfisch hausgemacht, einmal flambiert wie dem Lachs am Tag zuvor und einmal als Tata. Das ist jetzt unser letzter Stadtspazegang im Sahara. Und ich bin so ein bisschen weh politik, denn mir hat es wirklich einfach so gut hier gefallen. Aber wir sind Reisende und Reisende fahren weiter und deswegen werden wir jetzt gleich nach unserem Probit steigen. Es starten und weiterfahren. Und wohin die Reise geht, das erfahren wir natürlich in unserem nächsten Video. Deswegen like das Video, abonniere den Kanal und die Glocke. Und wir freuen uns über jeden Kommentar. Möller. und die Glocke. Segen vor Ort der Glocke. Dann können wir uns bei uns wiederholfen, damit wir uns verö Brother gibt. Und wir können sich das Video wie Musik Musik